Erst war es da, dann war es wieder weg und jetzt ist es wieder da und jetzt soll es auch bleiben. Die Rede ist vom Samsung Galaxy Fold, dem ersten Smartphone zum Zusammenklappen, was wir hier in Deutschland auf dem Markt sehen werden, nämlich noch vor dem Mate X von Huawei. Und ich habe es mir heute angucken dürfen und es hat Spaß gemacht. 2.100 Euro kostet es, mir aber egal. Ich zeige euch, wie es aussieht. Das Huawei Mate X hatten wir bereits Anfang des Jahres in der Hand und irgendwie wirkte das Galaxy Fold hinter Glas beim MWC nie so richtig sexy. Beim Anfassen revidiert sich der Eindruck, aber das Ding ist echt schon ganz schön geil. Als erstes fällt der Blick natürlich aufs ausgeklappte Display, das ungefähr im 4 zu 3 Format daherkommt. 7,3 Zoll gibt es hier mit 2.152 x 1.536 Pixel. Die Pixeldichte ist mit 362 ppi ordentlich. Die Darstellungsqualität des Displays ließ beim Hands-on in einem gut beleuchteten Raum keine Wünsche offen. Das überarbeitete Scharnier wirkt grundsolide, das Display verschwindet beim Zuklappen sanft zwischen den beiden Gehäusehälften. Im aufgeklappten Zustand ist ein leichter Knickfalz zu spüren, der in der Praxis allerdings überhaupt nicht stört. Natürlich hat Samsung auch die Software an die größere Displayfläche angepasst. Es lassen sich problemlos zwei oder drei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm unterbringen. YouTube gucken, Mails lesen und WhatsApp chatten gleichzeitig? Kein Problem. Ich bin mir aber sicher, euch fallen noch kreativere App-Kombinationen ein. Besonders viel Spaß macht das Display auch bei Spielen und Multimedia-Anwendungen. Erstaunlich fand ich hier, wie flott das Umschalten zwischen dem Innen- und Außendisplay beim Zuklappen geschieht. In den Einstellungen lässt sich übrigens das Verhalten jeder einzelnen App beim Auf- und Zuklappen festlegen. Das Außendisplay ist 4,6 Zoll groß und löst 1680x720 Pixel auf. Das klingt auf den ersten Blick enttäuschend, jedoch fügt sich der Bildschirm nahtlos in das Material der Vorderseite ein, sodass das kleinere Format oft gar nicht auffällt. Meistens werdet ihr das Galaxy Fold aber aufklappen und den großen Screen nutzen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Um den Antrieb kümmert sich ein Snapdragon 855 mit 12 GB RAM. Der Flash-Speicher ist 512 GB groß. Dazu gibt's einen 4.235 mAh großen Akku und insgesamt sechs Kameras. Einer davon sitzt über dem Außendisplay, zwei über dem Innendisplay und drei Stück auf der Rückseite. In Deutschland kommt das Galaxy Fold ausschließlich in der 5G-Variante auf den Markt. Ja, ja, ich weiß, das Ding ist teuer und es ist auch bestimmt nicht immer praktisch. Und es ist auch irgendwie groß und schwer und dick, wenn man zusammenklappt. Aber ganz ehrlich, ich hab wirklich seit langer Zeit nicht mehr so eine Faszination für ein neues Smartphone gespürt, wie jetzt beim ersten Test mit dem Galaxy Fold. Und ich kann's echt nicht erwarten, bis Samsung uns das Testgerät schickt, damit wir es eben gucken können, ob es im Praxistest die Lorbeeren jetzt aus dem ersten Test auch halten kann. Bis dahin, bleibt uns gewogen und wir sehen uns hier auf den Videos oder bei AndroidBit.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017